So, wir spielen jetzt nochmal richtig, 4 gegen 4. Von mir wird der zweite und dritte Ball immer eingeworfen. Also man muss immer zwei Punkte haben, um einen richtigen, regulären Punkt zu bekommen. Okay, wir bleiben in den Mannschaften. Aufschlag fängt hier an. Wenn der Ball raus ist, kommt der zweite Ball von mir reingeworfen. Ja. Ja, wir spielen volles Risikowetter. Gut, komm, komm, komm. Zweiter Ball. Zweiter Ball. Ja. Okay, dritter Ball. Ja. Vorsicht, Ball. Lini. Netz. Aufschlag dort, 1-0. 2-0. Zweiter Ball. Ja. Aufschlag. 2-0. Ball. Ball, Ball, Alina. Aber weg geht nicht. 2-0. Okay, zweiter Ball. Komm, 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 komm. Lauf an, lau an. Ja. Hier, dein Anlauf. Hier, dein Anlauf. Das ist doch richtig schön gewesen. 2-1. Zweiter Ball. Okay, dritter Ball. Ja. Gut, aufschlag. Gut. Aufschlag. Vielen Dank.